Hallo und herzlich Willkommen Ok Danke Luki Ich weiß Machen wir nochmal neu Ja ist egal Ja also Willkommen zur 14.Folge Pharo Und wir schauen auf den Sauber, das ist gut Ok ich schauen auch auf den Sauber Ok mach das mal Was denn da für ein geiles Pack Wer hat das gemacht? Das hat glaube ich nicht zu Ende gemacht Ich weiß nicht das hat er bekommen Ich weiß nicht ob das er selber gemacht hat aber Ja Ich weiß gerade selber nicht Ich weiß auch gerade nicht Oder also wenn hier nicht gefordernet wurde Dann weiß ich auch nicht Ich glaube da war WA unterwegs Grüße gehen raus Nö Der lag so Der lag so Der lag so Das muss ja ziemlich scheiße sein wenn er in den Schwanzer läuft Das muss ja ziemlich scheiße sein wenn er in den Schwanzer läuft Der lag so Jetzt immer noch zu wenig Ich weiß Das ist ja die schulste Gegend die ich je gesehen habe Hey Na ja Ich weiß nicht Das ist ja die schulste Gegend die ich je gesehen habe also wirklich hier gibt es ja gar nichts mehr gar nichts mehr gar nichts mehr weiß gar nicht was ich fahren muss hier ja so Sachen muss ich fahren ich komme auf den Server als allererste Nachricht die ich sehe never gonna give you up ok das heißt liebe dich niemals auf ich bin schnell ok danke ich brauchte jetzt eigentlich keine deutsche Übersetzung ach du hast gesagt das heißt das heißt quasi dass du wissen wolltest wie das heißt ich bin bei der Welt besoffen also nicht wundern ok du hast so viel Kaffee gesoffen was oder wie naja ok da kann man besoffen Kaffee hat kein Alkohol gell ja eben ich hab mich mit Kaffee besoffen ich hab Kaffee gefressen und Flugzeug geraucht oh mein Gott ja willst du auch eins ja genau ja 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 äh 14 Level warum kostet das 14 Level sagen sie mal weil 14 auch ein gutes Alter ist weil 14 ist gleich 1 und ne 4 nebeneinander und wenn du 4 minus 1 machst ist gleich 3 und 3 ist meistens so ne Zahl sind so Trios und Trios sind meistens irgendwo kannst du das mit draufschneiden hm komm dir auf dem second Kanal sehen eh nur so 40 Menschen hm ich sehe nicht so schlimm ja jeder der das guckt wird wird mich direkt am besten blocken wer nicht ich frage na eben ja der der das noch nicht sieht der wird mich noch nicht blocken hm also ich sehe das halt nicht ich hab's nur gehört ich hab's ja nicht gesehen ok komm mir die alles komm mir die preis komm mir die preis für den Witz ja Problem das ist noch ne Festung ich find nur Festung hm hm du bist ja ganz fest dabei löscht ich für den Joke das könnte ich dir auch grad sagen für den Joke ne ja da war besser ne 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 keine Ahnung so ich bin ein Viertel das ist schon mal besser ist für P3 und ich kippen weil ich habe eh weiß halt mit zweis und Lucie wussten sie dass wenn sie etwas wissen dann sind sie weiß weil sie es wissen wusstest du was ich bin offline das wollte ich jetzt eigentlich nicht wissen ähm ach schade hey was ja nix hier ich verliere grad ach ok so wie immer aha mhm 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 m m Sie haben wirklich statt 3 11 gesagt? Ja, ne, statt 11 hab ich 3 gesagt. Achso. Aua, meine Nase. Ich hab deine Nase. Aua. Aua! In Speck. Was bist du? Achso! Äh, ja, bin... Ein... Fisch ist dead. Hm? Fischy Lappen. Fischy Lappen LP. Fischy Lappen LP. Fisch. 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 Sollte man wieder 14 level fahren, Digga? Fisch. Ja, das ist einfach. Vielen Dank. 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 Das kann nicht sein. Vielen Dank. Ja, geil, ne? Ja, 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 ja. Das ist halt auf jeden Pies, Digga. Das ist ja nicht... Das liegt nicht an der Hose, Digga. Okay, ich fahr'n... Okay, ich fahr'n jetzt nächstes mal die Löwe, weil wir da nicht aber je nix zu tun. Dann mach. Ja, ich fahr'n... 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 Ja, das war's mit der Folge. Ja, das war's mit der Folge. Ja, ich fahr'n...